Barovie und Toso Nevada Sie sehen heute wunderschöne Kronleuchter aus der Reihe Nevada von Barovie und Toso. Barovie und Toso stellt wunderschöne, atemberaubende venezianische Glaskunst und Kronleuchter seit dem Jahre 1295 in Handarbeit her. Hier werden Sie sicher den richtigen Kronleuchter für sich finden. Nevada, die Einrichtung mit einem venezianischen Kristallleuchter. Aus dieser Kollektion Nevada verleiht Ihren Räumlichkeiten Eleganz und Charakter, auch wenn Sie unterschiedliche Stilrichtungen aufweisen. Charakteristisches Element der Linie Nevada sind die geraden Arme ohne Krümmung. An ihnen finden sich schlanke und zarte, tropfenförmige Anhänger. Barovie und Toso Nevada